Das war laufig die Schwierigste bei den Topf hier. Was jetzt kommt? Feuer. Feuer ist easy. Ja? Ne. Scheiße, was haben wir denn jetzt gegen Feuer? Hält mal Wasser doch, ne? Wasser hält mal Boden weg und macht, äh... Scheiße, was ist denn noch gegen Feuer? Junge, besiegt, besiegt, besiegt. Ja, hallo. So. Äh, jetzt müssen wir die Liste haben. Aber ich mein, Boden ist sehr effektiv. So, wenn man Feuer hat. Boden. Stein. Wasser. Es geht nicht. Ja. Oh, das ist ja fertig. Also, was steht da oben? Kann noch jemand? Kann da noch jemand? Äh, 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 äh. Äh, ja, 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 ja. Ah, das wird die AP nur füllen, oder? Ah, lass mal kommen. Nein, Trainer, ich konnte es kommen. Ich war denn, dass du in die Schild auf der Haus. Ich habe gehört, die Röder nicht gewollt war. Es war so Feuer für die Kämpfe hier. Jetzt geht's. Ah, Ignas. Garant. Galoppa. Nein, ich... Komm! One-Hit. So hättest du es gern. Wo du dich auch noch auszusehen? Ich verahne was. Ja, da war ich schon bei Spucken und Schule. Ja, da war ich schon bei Spucken und Schule. Die haben wahrscheinlich irgendeine Attacke, die sehr effektiv gieblich ist. Nein, das ist der Power Punch. Power Punch. Ah, da heiz ich jetzt. Heiz so oder so. Nein. Oh, siehe 5, das ist ein Stärkfuss, ne? Schlapp, oh, das ist doch kein Feuer. Hey? Warte mal. Das ist doch kein Feuer. Okay, klar, das war jetzt auch kein Feuer. Normal. Das ist doch mal. Kann man da auch? Kann man da jetzt noch da? Weißt du mal. Er hat da bestimmt irgendwas in der Hinterhand. Das wäre ja nicht in der Ausdruck. Wir haben hier ja auch immer einen Geist. Wir haben hier ja auch noch ein Feuer. Wir haben hier ja auch noch ein Feuer. Ich gehe jetzt auf dem Feuer. Wieso kann die eigentlich zuerst? War so klar. Ah, knapp. Knappes Ding. Ah, ich will mal zweimal so verteilungsschwäsch. Ah, natürlich. Kommen wir aber. Kommen wir aber. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe den Bischof aus. Die Knaße heißt ja. Ja, es ist... Ja, ja. Ich kann schon Katrin, äh... Die Brot ist besser als... Äh, hier. Der Baumstahl. Der Baumstahl... Der Baumstahl... Der Baumstahl... Dreckst auf jeden Fall. Das ist Gopi. 58, ey. Was ist unser Level erreicht? Eine Bombe? Oh, nee. Dein Ernst? Okay, thanks for the trick, see ya. Okay. Dammit. So! Oh ja, Schatz! Hey! Ich hab mich so viel verteidigen! Jawoll! Ich hab' gebraucht! 63, Schatz! Ich dachte aber auch gut! Toll! Ja, aber nach kurz ist stärker! Ja, komm! Da mal was aufика... Ja, komm, dann mal was für heute! Heht, der hat noch alles voll, ne, in K.P. Ja, der hat, ja, ehrlich, schon nicht so viel K.P. Jetzt sag' ich auch nicht mehr so viel K.P., ne. Ja, das wüsste mal, ne? So. Spuckball. Spuck auf dich. Ganz auf. So. Der hat ja eh so nix. Ja, okay. Fertig. Ja, viele Items, ne? Ist mir aufgefallen. Der spitzt sich zu. Ich bin gespannt, wie. Der hätte aber auch nicht so. Ah, der ist ja nie getroffen. Der hat nur eine Attacke, was eigentlich zählt, ne? Nein, dein Ernst. Sieht doch nicht dazu in den Aus. Nein, ist das nicht so. Nein, dein Ernst. Alter. Ah, gut. Gut, 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 gut. Aber er vollstreffer, ja. Alle auf der 61. So. Ich glaube, ich habe keinen Augenbrauch gesinnt. Okay. Ich will mich mal. Hey. Nein. Hallo. Hallo. Raus da. Was ist denn die Feuerheile? Hier. Herz gestorben, ne? Ich glaube, ich glaube, ich habe einen Bewerb. Ich glaube, ich habe einen Bewerb. Wer ist der Nächste? Ist das Psycho? Ja, ne? Das ist ein Psycho. Also leider in den Namen nicht mehr. Ich stecke noch Psycho. Was ist der Klee Psycho? Sehr effektiv. Geist, ne? Oder? Ja. Doch. Käfer? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall können wir ihm mal... Geist, ne? Ja, okay. Okay, wir auch. Und ich weiß... Ja, der wird, glaube ich... Ja, der wird sein. Lucian. Okay. Das ist ein Mann. Psycho. Ich weiß, der wäre eine Frau. Okay. Ja, der wird, glaube ich, die Psycho. Ich weiß nicht, äh, was... Den letzten, den wir haben gesehen heute. Danach, äh... Darb schiebt ich mich für erstmal. Den Chat machen wir dann halt... ... beim nächsten Mal. Ach, ich schalte mich auch. Knirschle nicht in die Tür. Aber nicht reich. Okay. Seem. 9,50. Ay, yay, yay. Stimmt, die Top 4 ist ja... Ja. So, dass sie, äh... Ja, Top 4 immer stärker werden. Das ist ja in den heutigen Spielen gar nicht alles so. Oh nein, deswegen reflekt er aber... Alter, sie. Was ist denn? Was ist denn? Alter, das sieht gar nichts. Ich mach gestreif so lange, bis der halt nicht zufrieden ist. Ich mach das überhaupt nicht. Du hast ja noch eine Kette bekommen. Hast du dich mal, oder? Ich glaub, dir diesen kann ich auch. Jawohl. Vollpfeffer, oder? Wunderbar. Ja. Perfektes Timing. Oh, das ist so ein Kampf. 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 Ah, schade. Schade, schade. Das ist doch viel. Das ist so ein Kampf. Hey? Das war eine normale Attacke. Das würde ich verarschen. Oh mein Gott. Das sieht einfach noch gar nicht so wunderbar. Ja, übertreib halt. Das ist doch endlich sie- äh, das ist die Kaffee, das ist gut, ey. Ja, fahrig. Und dann kommt ein 6-7-10. Verlaufen. Keine so eine Attacke die mir schade ist. Ja, ich weiß nicht was das war. Ich bin mit so einem Patrik. Fahre ich nicht fischern. Jetzt sind es aber. Komm her. Ich habe Feuerheir. Ich glaube es ist ein stärkeres. Ich werde vielleicht paralysiert werden. Wenn ich nicht so ein stärkeres. Jawoll. Okay. One-Hit. Und so. Guck mal. Wo habe ich mit Tabletäne gemacht? Und so. einen ... Ja. Das weiß ich nicht. Dresendlich. Ich bin ich. Ich bin ich. Genau. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ach. So, dann, äh, belebe ich Stingel, zweit wieder. Alles auch mit, äh, Erdbeben und Kaisel. Halt weiter hindurch. Alter, was? Ich weiß, sowas wird dauernd gewesen. Alter, schwöre. Aber du, Chatter, halt dich schicken. Ich sage, okay, dann habe ich jetzt ihn. Ja, was sehe ich nicht, leiste, ey. What the fuck? Alter, er darf zuerst, ahhh, hat alles viel gemacht. Oh, shit. Ah, B-Mails wieder. Ah, nein, sie habe ihn, aber gar nicht. Ah, nein, sie habe ihn, aber gar nicht. Ah, nein, sie haben auch nicht. Oh, nein, sie haben nicht. Ah, nein, sie haben ja nicht. Ah, nein, sie haben ja nicht. Schenke, sei gewarnt, denn der Schenke ist noch viel stärker als die Top 4. die durch die Tür um dich zum Finanzen zu stellen. Ich heil mich noch vorher. Ja, müsste wieder ein Mischmasch sein. Ich heil halt immer ein Mischmasch. Aber meistens immer, äh, Drache. Ein paar Sindebeeren. So. 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 So.